Okay. Sturmflut. Und damit Willkommen zu Left 4 Dead 2! Wieder im Ladebildschirm, dass wir nicht scheiße quatschen können, bevor das beginnt. Ja. Aber was wir sowieso immer machen. Ja und was sowieso ist egal, weil wir sowieso unterschiedliche Ladeballen bzw. Ladevollgänge haben. Ja, aber bei mir ist das schon voll. Bei mir... A... A... N... N... Kurz davor. Kurzer Knopf. Jetzt. Ich werfe den Anker aus und warte auf euch! Gebt ein Signal wenn ihr Benzin habt! Kein Problem. Wir besorgen schnell Diesel. Prognose gefällig? Nein! 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 Milch am Arsch! Nein! Nicht schon wieder! Ich will wieder Benzin besorgen. Och komm! Was haben wir hier für Scheiße? Was? Was? Defitiv! Zweite Waffe! Du kannst leider keine Waffen nehmen und dir noch ein Schwert nehmen. Ja, das... ich weiß. Ähm... Ähm... Meine Störung geht schon wieder nicht. Ja, wegen schreibgeschützten Ordner. Ich hab das schon geändert gehabt, aber... Ich hab keine Ahnung. Immer schön nachladen, ne? Gehts? Ja. Alles klar. Ich guck mal vielleicht... Ah! Ein Zombie! Boomer Kotze! Huh! Wo bist du? Hier! Da müssen wir rein! Ja! Geben die Tifi rein! Ja! Ich guck mal vielleicht hier... Ich weiß. Ja, irgendwie mussten noch die Medipacks sein. Zumindest noch irgendwelche Waffen. Oh! Da stand da, es wäre nicht schlecht... Ein Rückweg vorzu... Was? Missfähig! Es wäre nicht schlecht, einige Dinge für den Rückweg aufzubewahren. Egal! Ein was? Steht hier! Es wäre nicht schlecht, einige Dinge für den Rückweg aufzubewahren. Okay. Alter! Nimm die mal vor mir weg! Splitter! Ist doch schon tot! Haha! Alter! Nimm die doch mal vor mir weg! Ja, ich bin hilfsbeschäftigt! Ach da! Warum sagst du nix? Warum sagst du nix? Ja, ja! Warte mal, waren hier nicht noch Pillen drinne? Ne, hier hat einer ausgeraubt. Ich hab die Pillen geklaut schon. Ach so. Die hilfsstanden. Ähm... Molotow... Bumakotzi... Lass mal vor, jetzt haben wir hier, falls Massen sind. Hm. So. Ah, da kommt der Chucky. Ich glaube, ich bleibe aufs Sniper. Vorsichtshalber. Ja, warum ich? Darum. Alter! Ich glaube, wir müssen mal endlich weiter, ne? Ja. Warte mal, hier oben geht's hoch. Vorsichtshalber mal irgendwie was vorbereiten. Wenn die doch schon sagen muss, ist doch irgendwas... Ah. Sind schon mal ein paar Gasflaschen. Hä? Die kann ich übernehmen, die kann ich von hinten schön... Ja, es wird auf jeden Fall was krasses geben. Oh, da hinten liegt auch noch was drauf. Ah, Schmerzmittel. Alles klar. Oh. Magnum. Hast du wieder den Smoker geknutscht? Ich doch nicht. Oh, Rohrbomben. Die sollten auf jeden Fall... Ich weiß nicht, was passiert. Ja, nimm die doch! Nein! Nein! Ja, weißt du was passiert? Nein! Ja, ich nimm die mit, komm! Wow! Sind die unendlich? Ach, die sind unendlich, glaube ich. Wohlang? Was war's? Ein Hunter. Und Charger. Und Charger. Wer schon tot ist, den erledigt hast. Jappa. Aber ich habe keinen... Ich traue mich nicht weiter zu laufen. Warum nicht? Nein! Witz! 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 Weiß ich nicht. Ja, komm mal davon hin. Bauarbeiter, das Bob der Baumeister. Bob der... Guck! Gleichberechtigung, hä? Also, ne? Ja. Die Zombies können einfach so durchlaufen. Frechheit, ey. Na, wo ist er? Weil ich muss ihn auch. Zack. Okay. Meiner. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen hier hoch. Ja. Oh. Ich muss mal das Licht ausmachen. Alter. Du... War doch klar. Meine. Musse. Wer auch immer. Rochelle, ey. Toll. Es schießt und wir erwischt ihn auch noch. So. Über den Spielplatz. Alles klar. Nicht auf mich. Dann sollten wir mal schnell durchgehen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Cha-Cha. Aus. Boah, der hat ja alle drei mitgenommen. Zum Glück. Aber wirklich alle drei. Scheiße, Vorsicht! Mein Gott. So. Wir müssen weiter. Ich hab kaum noch Muni, ey. Wow. Warte mal erstmal Rohrbombe loswerden. Das ist ne Rohrbombe! Kann doch mal nicht nachladen. Lade doch lieber nach. Ja, ich hab kaum noch Muni. Wie soll ich denn nachladen? Nein! Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Und ich hab die Rohrbombe grad losgeworfen. Meinst du, wo ich das Snipergewehr genommen hab? Oh, Mann! Ist doch nicht dein Ernst gewesen, ey. Was hast du denn angeschossen? Hatt' ich mal Lust. Man merkt's. Dass du da Lust zu hattest. Gesterben, Zombie, ey. Ich lade nach! Das war doch klar, dass so viele kommen. Ja, ich weiß. Und? Ich hab' vorbeigelaufen. Ja, lass mich ruhig vorbeigelaufen. Lade nach! Ich hab' doch ein Licht, geht doch. Hier ist nix. Wo seid ihr? Alle oben! Ich muss mich jetzt mal heilen. Mach' ruhig. Ich hab' keine Munition mehr. Was? Du weißt das? Ist ja egal. Na, Zombies wollt ihr hier hin? Nur noch die Standard Muni. Äh, ne, drüben ist auch nix. Als ruhig der Sniper genommen hab. Ist das denn die Shotgun genommen, oder wat? Ja. Ich hab' auch nur noch, äh, 107 Schuss. Aber dafür ist ein Treffer hier ein, äh, Kill. So. Boomer! Bleib! Meiner! Ja, ich baller drauf und du kriegst den Kill. Ich hab' ihn auch direkt getroffen. Nein! Oh, du Sau Sack, du! War auch mein. Bin ja auch jetzt da reingereicht, das Ding. Oh, es regnet schon wieder. So, Gebäude gegenüber sind paar... ...Dinger. Äh, hast du grad Platz? Nee. Nee. Hier ist nämlich ein Dev. Willst du ein Dev mitnehmen? Oh, ja. Nicht da vorne. Lade nach! Hapfenschocker! Hapfenschocker! Antischocker! Mach' ich ja, aber wenn du vorläufst. Ja, du läufst auch mal davor. Ah! Ja! Lade nach! Oh, Shell, ey! Oh, Shell, ey! Vorne! Wow! Hüß dir zu! Boah, jau! Oh! Ja, jau! Oh! Na, kommt! Kommt doch her jetzt, Zombies! Boah, Rochelle, ey! Boah, Shell, ey! Wie noch ein Verdeckung! Ich glaub' gleich kommen die wieder alle! Naja, Garage, Sale, hier vorne, oh! Boah, ey, warum? Die ganze Zeit auch für mich! Wenn du vor dem bist, dann versuch' die einfach zu dücken! Dücken? Ja! Dück' dich einfach! Zumindest geh' in der Hocke! Ja, hier kommen die Bauarbeiter her! Nein! Danke! Oh, hier! Waffen wieder! Ja! Was trinkst, was sie mit drin genommen hast? Nein, ich wollte doch nicht! Ich wollte die Einzelpistole haben! Scheiße! Alter! Ja, nur weil ich jetzt, äh, mich heilen muss! Du musst mich kurz heilen! Heule doch! Fuchsruh da, sag' ich nur! So, jetzt hab' ich, denke ich, ne gute Schroti! Und ich will ne zweite Piste mitnehmen! Ja! Jedes Mal! So, Ladies and Gentlemen! Bitte schneiden sich an und weiter geht die Fahrt! Erstmal nochmal neu genommen eben! Dass hier nochmal voll ist! Ich kenne mich schon mal ein paar... Du siehst immer noch weg! Zombies! 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 Meine Güte! Warum hab' ich ne Doppelpistole? Also nicht! Ich auch nicht! Ja, wie hat Nick denn den Splitter da hinten erreicht, Alter! Also nicht! Ja! So! Der ist vorbei gesprungen! Und dann hat er mich gehabt! Oh, warte mal! Ich glaub' wir müssen hier lang! Komm' jetzt, ist das aus wie ein Pfeil, ne? Das sah zumindest aus wie ein Pfeil! Guck mal hier unter dem Auto da! Ja, ja! Ich lade nach! Ich lade nach! Bats! Ja, ja! Ich lade nach! Jetzt mein Häuser noch rein, gucken was hier so Lucky Lucky gibt! Ich lade nach! Irgendwo lang rennen, ist klar! Ja, guckt euch da hinten Häuser an! Ich guck' hier, ob irgendwas besonders ist! Wüsst' ihr auch nicht! Sonst vergessen! Nicht wirklich! Und die beiden rennen doch so, so hinterher! Ja, die sind mir jetzt hinterher gekommen, weil ich glaub' wir am weitesten bin! Die stehen auf dich! Ich merk's! Hab' ich schon, hier sind... Die stehen auf dich! Hast du noch ne Einzelwaffe, ne Pistole oder ne Doppelte? Ne Doppelte! Gut! Sonst wär' da eine gewesen, noch wieder! Ja, ist klar! Wo kommt ihr denn her? Naja! Von irgendwo und irgendwo, ne? Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen! Das ist noch viel geiler! Äh... Äh... Beim Nachladen, ey! Du kannst auch mit einer Hand nachladen! Äh... Hier hinten geht's! Hier hinten, 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 hinten! Hier bei mir! Oh... Boah, jetzt machst du den Kalt! Das war klar, ey! Ja! Da oben ist das Selten, da oben! Ja! Da oben ist das Selten, da oben ist das Schwarzraum! Ja! Lade nach! Komm, lass' rein! Lade nach! Ich warte voll Service hier, Nick und so wat! Los doch rein mit euch! Kommt ihr Pappnasen! Das ist immer einer reichen! Und hier immer einer zu hier! Boah! Ja! Ist klar! Wie immer bei mir! Dopp! Vielen Dank.